Musik Das Hotel und Spa Lange Mare liegt mitten in den sanften Hügeln des Südburgenlandes. Landschaft, Klima und Bodenbeschaffenheit sind einzigartig, was auch die Weine aus diesem Gebiet zu etwas ganz Besonderem macht. Musik Gäste des Hotel Larimar können auf ganz besondere Weise einen feinen Wellnessurlaub mit dem Erlebnis Wein verbinden. Die Weinstraße, an der auch Stegersbach liegt, führt durch die Weinidülle Südburgenland, wo großartige regionstypische Weine heranreifen. In nur einer halben Stunde ist man mitten im Weinbaugebiet. Die Weißweine sind elegant und spritzig mit ausgeprägt fruchtigem Charakter. Die Traube Blaufränkisch dominiert bei den Rotweinen. Diese edlen Tropfen sind kraftvoll und mineralisch würzig, mit eleganter Textur, festem Tanningerüst und großem Lagerpotenzial. Hier im Südburgenland begegnet man aber auch einer besonderen lokalen Weinspezialität, die EU-weit geschützt ist. Dem markanten Uhudler, einem einzigartigen Wein, der aus Direktträger-Trauben gekältert wird. Musik Oberste Prämisse der Winzer der Weinidülle ist es, die regionsmarkante Typizität der Weine zu erhalten und sich damit von anderen Regionen abzuheben. Nicht durch Quantität, sondern durch besondere Qualität und Einzigartigkeit. Musik Die besten Winzer des Südburgenlandes werden rund um das Larimar auf dem Walk of Wine vorgestellt und natürlich findet sich höchste Weinkultur auch in der stimmungsvollen Larimar Winothek, wo sehr gute Weine aus vielen Ländern angeboten werden. Verkosten Sie regionale Spitzenweine genauso wie die besten Tropfen aus aller Welt. Musik Im Rahmen Ihres Aufenthaltes im Larimar bietet sich ein Ausflug in dieses kleinste Weinbaugebiet Österreichs, die südburgenländische Weingidülle, natürlich ganz besonders an. Eine Verkostung direkt bei einem unserer Winzer lässt sich hervorragende, einzigartige Wein in unvergesslich gemütlicher Atmosphäre erleben. Musik 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 Musik